So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ihr seht es oben, da ist noch eine 1, heißt wir dürfen ein Geschenk aufmachen. Ich bin mal gespannt, was wir gleich drin haben. Kurz für die Neuen, erstmal herzlich willkommen. Wir machen außerdem, jetzt nicht nur wegen den Weihnachten oder so, gerne Custom Games mit Preisgeld, derzeit 20 Euro. Dann machen wir Skinverlosungen, immer wenn ich 800 V-Bucks erreicht habe, durch meinen Umzug gerade ist das Ganze ein bisschen schwierig. Also da einfach ein bisschen Geduld haben und wie ihr da mitmachen könnt, ganz einfach, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren und gerne meinen Creator-Code benutzen, weil dadurch wird das Ganze halt finanziert. Aber dazu kommen eh noch Videos und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir auch mal rüber, wenn ihr den Skin haben wollt, da blende ich euch oben rechts was ein. Einfach mal draufklicken, da bekommt ihr auch den Skin her und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein. Mal gucken, was wir heute haben. Ich würde mich ja freuen, weil an Weihnachten wird es ja nur das geben. Das kann man ja noch nicht öffnen, oder? Warte mal, mal gucken, weil irgendeiner hat nämlich gesagt, das kann man... Ne, erst an Weihnachten, erst am Schluss. So, dann gucken wir mal, was machen wir jetzt auf. Erstmal habe ich hier die zwei aufgemacht. Gucken wir mal, was hier drin ist. Mal schütteln. Warte, hören die sich eigentlich unterschiedlich an? Warte, interessiert mich jetzt einfach mal. Ich mach jetzt einfach das aus. Gucken, was drin ist. Wären wir ja schon recht, wenn ein Skin drin ist. Und? Und? Ah, heute haben wir sie auch bekommen. Die Lebkuchenbeile. Von Charlie erstellt. Ah ja. Sollen wir die ausrüsten? Ach komm, es ist Weihnachten. Hören wir die auch mit. So, das war's eigentlich schon. Die Tagesaufgabe haben wir schon gemacht. Hab ich auch eben schon ein Video zu hochgeladen. Also, wenn ihr da wissen wollt, wie das funktioniert mit dem Tresor, einfach kurz bei mir bei die Videos gucken. Hab ich extra ein Video für euch hochgeladen. Wie ihr das Ganze machen könnt, weil im Tresor selbst ist nämlich jetzt die Kanone wieder da. So, das war's eigentlich schon. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Creator-Code aktivieren und dann eventuell im nächsten Livestream dabei sein. Vielleicht bist du der Nächste, der das nächste Preisgeld einsackt. Und in dem Sinne würde ich sagen, war's das auch schon wieder. Ich geh mal schön weiter umziehen. Euch viel Spaß beim Spielen. Ich würde gerne aufspielen, aber geht leider nicht. Also in dem Sinne, haut rein.